Äh. Ja, ey. Mach doch endlich das Intro. Okay, hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Wer stimmt als nächstes? Du. Ich bin der Capnuster Gunshots Corner, ihr seid Twiggy und der Fäder ist auch dabei. Also den hast du jetzt mit Anzeige. Ich weiß, den hab ich provoziert. Au. Den hab ich vielleicht verdient. Weiter geht's, vielleicht schaffen wir einen weiteren... Einen weiteren Kontrollfunk. In diesem Level. Stell's dir vor. Wo sind die denn? Die sind in den Bäumen. In den Bäumen. Da muss die Freiheit voll grenzenlos sein. Da oben. Au, Mann. Das war wohl ein Eigentor. Achso. Äh. Magst du mal kurz dreimal drehen und danke. Ich muss das dem Spiel nur implizieren und der ne... Ja, ja, keine Pio retten, bitte. Das war wirklich schlecht. Dem Spiel selber, ja. Ja. Dann übergibt's sich voll über meine... Mann, warum ist denn immer irgendwo was im Weg, wenn ich so lang geh? Ähm, weil du da lang gehst, wo Sachen sind. Verstehe. Ich nicht. Achso, das war gar nicht dein... Achso, dein Satz war schon zu Ende. Hä? Hä? Mein Satz. Was? Pssst. Da kommt so ein Typ, ob ich runtergefallen... Aufgefallen. Wie auch immer. Umgefallen. Hier liegen so viele Marines. Aua! Ähm. Da ist noch einer. Bist du tot? Au! Gestorben. Nur weil du deine Techno-Mucke angemacht hast. Ja, aber es muss doch bouncen. Wo ist denn hier die Waffe, die ich gesucht habe? Und die liegt hier und da und da und überall. Oh. Wie viele Gegner kommen denn da noch? Ähm. Von weitem denke ich irgendwie, da sind Master Chiefs. Na gut, dann werde ich sie jetzt hier nicht. Na, ich hatte hier irgendwie sowas Sniper-mäßig. Also nicht ganz Sniper, aber... Also auf jeden Fall mit einem besseren Sniper-Aufsatz. Also nicht Sniper-Aufsatz, aber du weißt, was ich meine. Ja. Eine Sniper kann keinen Aufsatz schreiben. Was laberst du? Wie viel halten die bitte aus? 10, 20 Kilo. So, Kontrollpunkt erledigt. Der alte Kontrollpunkt, ey. Das ist wie Matze Kirchen. Der gute Matze Kirchen. Der gute Matze Kirchen. Ah, das ist unser neuer Mikau-Li-Kalken. Ja. Oh, mit dem Dingsbums. Oh Gott, der hat einen Raketenwerfer. Ich wollte irgendwas anderes cleveres statt Werfer sagen, aber irgendwie ist mir nichts eingefallen. Au! Fänger. Gott, was? Jesus! Es explodiert einfach alles. Selbst Sachen, die nicht explosiv sind, explodieren. Ich bin irgendwie voll in den Earth-Song übergegangen. Ja. Nur in falscher Tonlage. Das habe ich selbst mitgekriegt. Stehen gestorben. Ja, und im Drehen respawns. Ah! Ah! Ah, Peter. Max. Ja, Peter Max, genau. Ah, Peter Max! Ich bin der Peter Max. Oh, ist im Leben gesnipert. So ein gemeiner Typ. Boah, Sprungschlag! Ich bin tot. Generierst du mich? Ja, aber ich... Jetzt muss ich nochmal den Weg zurückfinden. Warum willst du zurückgehen? Weil meine Waffen da liegen. Aber voran ist der richtige Weg. Hinter mir ist ein Gegner. Ich glaube, hinter mir ist voran. Nee, du hast mich angeschossen. Ja, ich habe den Gegner angeschossen. Und du warst irgendwie daneben. Du hast mich angeschossen. Du bist daneben. Kleine Diva, ey. Ich brauche meine Waffen. Das kann ich nicht. Du, was soll ich denn nicht, dass ich beschwerte, dass hier nur scheiß Waffen rumliegen? Was willst du? Ja. Ich habe am Anfang gesagt, dass wir nicht so gute Waffen haben. Ich habe mich jetzt nicht mehr beschwert. Okay. Das war letzte Folge. Letzte Folge ist letzte Folge. Das war letzte Folge. Ja. Da waren wir alle verletzt. Du bist verletzt. Pass auf, hier sind viele Scharfschützen. Du hast mich gerade erschossen. Nein. Au, schon wieder. Ich habe dich schon wieder erschossen, ja. Ricochet. Mit meinen Gedankenkugeln. Das war keine Retusche. Nein. Eine Retusche. Ich fand, ich fand Rico nicht so schön. Oh. Gegner. Weggemessert. Mit der blanken Faust. Ja, den habe ich nicht gesehen, der da in den Baumwürfeln hängt. Wie sollte man auch. Ist das der Gegner oder der Regen, der aus den Baumwürfeln tropft? Ich werde diesen Song niemals richtig zitieren. Nein. Dafür verstehst du mit deinem Namen. Ja. Ah. 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 Da. Aber nett, dass du gewartet hast, bis ich mich zurückgezogen habe, ehe du geschossen hast. Ist wichtig. Anstatt mit mir auf ihn zu schießen. Na ja, ich wollte ja nicht in dein Kreuz. Nein, nein. Nein, nein. In dein Kreuzfeuer. Ja, ich wollte nicht in dein Kreuzfeuer. Das auch. Ich wollte ja nicht in dein Feuer kreuzen. Äh. Nur nicht die Feuer kreuzen. Nur nicht die Feuer kreuzen. Das ist wichtig. Ey, ich habe endlich mal andere Waffen und zwei Sekunden später kommt aus dem Nichts irgendwie Schuss und dann ist alles doof. Dann hol dir doch deine Waffen zurück. Ja, gleich. Wie so eine Diva. Ich habe mir dann nicht beschwert, dass ich die unbedingt brauche. Das war einfach nur eine Feststellung, dass wenn ich eine andere Waffe habe, ich instant weggeschossen. Siehst du? Nimm keine andere Waffe, dann lebst du ewig. Oh, wer schießt denn hier? Kannst du dich mal rumdrehen? Ah ja, stimmt. Du musst dich erst noch crouchen. Ja, das war gut. Hat geklappt. Wer kackt denn da in den Wald? Das ist der Captain. Warum kacke ich in den Wald? Weil du mal musst. Ich meine, gut, ich habe bestimmt, glaube ich, in meinem Leben schon einmal in den Wald gekackt. Sehr spitz die Fisch. Ich habe in meinem Leben bestimmt schon einmal in den Wald gekackt. Habe ich nicht mindestens davor gesagt? Nee. Okay, dann möchte ich bitte meine Aussage um meinen mindestens ergänzen. Das gibt es doch nicht! Warum nicht? Weil wir nicht bei Roller sind. Äh, Mann. Das kann doch nicht sein. Nein, wo ist denn der Gegner? Ja, genau der! Genau der! Ah! Da ist er! Mann! Diesmal war er es nicht mal. Jemand ist hinter uns. Hinter uns? Ja, hinter uns ist irgendwie ein Gegner gekommen. Aber hinter uns ist eine Wand. Aber der... Es hat gerade ein Dreieck hinter uns gezeigt. Der... Die sind wirklich von unten hier hochgelaufen. Dann gehen wir jetzt auch runter. Aber oben sind die Sniper. Laden erledigt. Sehr gut. Sehr fantastisch. Das ist wie 2013. Da ist er. Denkbar war. Das andere... Nein! Das muss ich echt langsam angehen. Hat meine Granate was gebracht? Äh... Bestimmt. Da ist er. Da ist er. Nein! Ruhig angehen... Jawohl! Weg ist er! Okay, können wir nochmal kurz einen Struck zurückgehen? Geh doch. Naja... Ich meine, du wurdest ja nicht zu mir hin teleportiert. Also alles gut. Na gut. Ich gucke ja nur, ob hier nochmal ein Sniper im Baumwüffel ist. Oder ob das der Regen ist, der von deiner Nasenspitze tropft. Ah ja. Sag mal snipest du? Ach. Ja, ich sehe erstmal nichts. Also wir können erstmal... Genau, Kontrollpunkt. Danke. Kommt schon, ihr dämlichen Affen! Kommt schon, ihr dämlichen Affen! Hat der uns jetzt gerade als dämliche Affen bezeichnet? Kommt schon, helft uns, ihr dämlichen Affen! Suchen Sie Johnson! Der brennt doch nicht! Wie soll ich denn ihn finden? Den erkenne ich doch gar nicht! Es ist aber auch hier wieder! Ah ja, für Leute, die nicht wissen, was es mit brennendem Johnson auf sich hat. Im zweiten Teil ist er immer mit einem brennenden Wagen gefahren. Ja. Deswegen haben wir ihn irgendwann den brennenden Johnson getauft. Genau. Ich glaube, ich habe den so getauft. Da bin ich nicht mehr sicher. Fuck! Nicht sterben! Ich gebe mir Mühe! Ah! Das war Mühe! Das war das, was mehrere Kühe machen. Kautschuk, ihr dämlichen Affen! Mh! Lecker Kautschuk! Oder was war das gerade? Warum? Ich drehe mich im Kreis, ich drehe mich im Kreis, ich drehe mich im Kreis, ich mache keinen Scheiß, Feuerwehrmann! 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 Back here! Ah! Aua! Da ist ein Sniper oben in den Baumwipfeln. Oder ist das ein Popel, der von deinen Nasenspitze... Warte, Alter! Oh! Hm! Ja, ich weiß, ich bin gerade immer im... Da oben ist der! Ja, im Dauertau. Da, 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 da! Hast du gesehen, wo ich hingeschossen habe? Ja, aber ich konnte es mir nicht merken. Ich hoffe, er ist tot. Aber jetzt haben wir ein anderes Problem. Das sind da unten die Gegner. Und ich habe sie mit zwei Granaten. Bestimmt einen geschafft. Weggeschneipert worden. Danke. Ah, Mann! Ich habe ihn gerade gesehen. Das ist das Problem mit den Snipern. Wenn du sie siehst, sehen sie dich auch. Du sahst aus wie der Stein im Hintergrund. Aber du bist nicht der Stein im Hintergrund. Du bist der Stein im Vordergrund. Au! Amindest genauso nervig wie Nierenstein. Nierenstein? Nierenstein. Ach so. Nierenstein! Weg mit dir, danke. Was ist denn, Mann, aus? Ach, weiter geht's. Oh, Mann! Hast du gerade eine seltene Pokémon-Karte gefunden? Oh! Ja, oh nein, ach, jetzt sind wir schon unten. Scheiße. Ja, ich bin runtergejumped. Oh nein, adieu, meine Waffen. Ja. Ach. Blasenschild aufgenommen. Wo wir bei den Nierenstein waren. Schlechtes Publikum. Ach so, Entschuldigung, ich hab mich auf den Kampf konzentriert. Ich hab gesagt, Blasenschild aufgenommen. Wo wir gerade bei den Nierensteinen waren. Ja, ich wieder. Und wie wieder. Und dann wieder, wie kann ich dieses Blasenschild benutzen? Das ist eine fantastische Frage. Ich weiß nicht, welche Knöpfe es sind. Also ich kann hier hin und her bei meinen Granaten wechseln. Das ja. Ja, mit X. Ja, mit X. X, ja. Mein Nieren- und Blasenschild. Ah. Der typische Blasen- und Nieren-Tee-Witz-Di einfügen. Du kennst ihn. Ich kenn ihn. Monster! Ja, ich hab Bastard verstanden. Aber Monster geht auch. Du bist ein Monster. Monster. Ich glaub, ich hab ihn mit meiner Granate gekriegt, oder? Oder? Ich hör ja. Ja, der ist weg. Nee, da ist er. In dem Moment, wo auf dich schießt. Nope. Ach gut, da sind noch so ein paar winzigen... Oh, da ist ein Sniper oben in dem Dings drin. Mann! Ich hab die falsche Taste gedrückt. Ich hab nicht gecroucht. Ja, es ist doch ein bisschen irritierend, dass man nichts von meinem Sound hört. Aber so ist es jetzt normal. Besser, als dass wir Elton doppelt hören. Ihr seid uns zahlenmäßig überlegen. Fuck! Den hab ich erwischt. You regretted. Oh, na gut, dann nochmal von hier. Au! Mann! Immer derselbe verdammte Typ. Ich weiß nicht, wo er steht. Der ist da oben, bei den Steinen. Da, da ist er. Unter dem Ast, bei den Steinen. Auf die Erhöhung dort. Wenn du mal bei mir Screensheet ist. Da ist er. Wie er ist, der das ist? Ja! Ich kann mir das nicht vorstellen, weil das nicht der Winkel ist, oder? Doch, das ist der gewesen. Glaub mir. Okay. Weil er mich nämlich auch immer die ganze Zeit killt. Jau! Houdini! So, die Granate hat ihn auf jeden Fall erwischt. Aua! Okay, da ist noch ein anderer Sniper, der ist in dem fliegenden Gefährt. In dem fliegenden Gefährt? Wenn du hier um die Ecke gehst, da ist ein Flugobjekt. Und da ist ein Sniper drin. Okay, so ein Krähennest. Ich hab doch gesagt, da ist ein Jäger drin. Nee, das ist ein Flieg-Flieg-Flieg-Fliegzeug. Der da... Oh, da oben, da oben, da oben. Okay. Okay. Ein Flieg-Flieg-Flieg-Flieg-Fliegzeug? Ja, da ist so ein Flug-Körper. Okay. Mann, so ein... Das ist das komische Fliegeding, was da gerade das große. Das ist hier um die Ecke. Und da ist jetzt auch nochmal ein Sniper drin. Das, was wir schon über dem See haben, haben wir gesehen. Ach so! Das Fliegeding, das Flugzeug. Ja, ja, ja. Das große. Okay, das ist gerade nicht hier. Also können wir jetzt gerade um die Ecke. Ich hab auch den Sniper oben erwischt. Da kommt der Dicke. Der Dicke wieder da? Ist der Dicke wieder da? Oh, diesmal aber nicht. Da kommt noch ein großer. Der wird jetzt hier links in den Stein rumkommen. Nein! Au, au, au! Ah, hallo, Nidels. Weil ich gerade eine Nidle angeschossen wurde, glaube ich. Ah! Ja. Da ist er. Zum Frühstück! Da ist immer der Rohmeiner! Das ist doch nicht zu fassen! Dann wird das Flugding gerade wieder um die Ecke gekommen sein. Aber von hinten? Nee! Siehste, das meinte ich doch von hinten! Siehste? Also doch hinten! Ich bin doch nicht dumm! Aber das war von ganz woanders. Woanders hinten? Was willst du denn? Ja doch! Von hinten! Aber das ist doch nicht... Das ist hinten! Das ist hinten! Dann hat er die ganze Zeit auf der Lauer gelegen! Ich sagte, das war hinter uns! Von da kommen wir! Ja, aber doch nicht so weit hinten! Wir sind unter der Brücke! Durch! Was? Von da kommen wir! Naja, ja, aber... Da, da, da! Da ist einer! Und da oben! Da! Und der geht hier ganz langsam da oben die Wege lang! Ganz langsam! Und dann von hinten wegzumachen! Der war da oben gerade! Bedächtig! Ist er noch da? Ich glaube, ich habe ihn erwischt! Gut! Das Radar zeigt auch nichts! Radar! Radar! Haben wir jetzt alle? Radar! Das fühlt sich irgendwie komisch an! Kontrollpunkt erledigt! Sehr gut! Gut, das reicht mir schon mal! Ah, ne! Und weiter geht's! Johnson! Bist du schon gekidnappt? Äh! Hier ist das Krähenest! Hier ist ein Scharfschützengewehr! Krähenest an Ufu! Ich höre dich nicht! Nice! Ist das hier nicht Johnsons Pelikan? Ja! Ist aber schlecht gelaufen für ihn! Oder geflogen! Wie auch immer, wenn das... Ey, der mal nicht gebrannt! Weil... Raub kopieren können wir so fünf Jahre! Da jetzt ins Zug bestraft werden! Oh! Nicht die beste Entscheidung? Ich wusste nicht, dass das Wasser so tief ist! Ich dachte, wir warten jetzt hier durchs Wasser! Nee! Oh, Wasser wartet! Ah! Und dann können wir da durchlaufen! Aber okay, wo sollen wir denn sonst hin? Hinter uns geht's irgendwie so... Oh, hinter uns geht's weiter! Hier zu zwei! Ein ganzer Arsch! Da irgendwie sowas! Keine Ahnung! Händes Bänder! Unter dem Hosenbund! Naja, genau! Was ist denn hier los? Ach, jetzt kommen die hier übers Feld! Ja, natürlich! Was fällt denen ein? Ich hab's gewusst! Dass ich denen sagen will? Ja, das... Oh! Oh! Der Ruhekorb hier! Der Ruhekorb! Der Ruhekorb! Ich komm aus dem Ruhekorb! Ich bin jetzt hier von hinten! Siehste, sag ich doch von hinten! Aber wie? Anal! Mit dem Rudi! Völler! Das weiß ich nicht! Du kannst mir nicht nachweisen! Das weiß ich nicht! Davon hab ich nie was gehört! Rudi, wer? Davon weiß ich nix! Da bist du mir jetzt grad reingelaufen! Es tut mir leid! Es passiert! Fliehen! Fliehen! Yeah! Oder er hat nach seinem Sohn gerufen! Ian! Sean! Jason! Ach, das waren noch Zeiten! Oh ja! Ich wollte grad Halo Rain sagen, aber... Halo Rain! Und hier geht's weiter! Kontrollpunkt erreicht! Sehr schön! Da, da ist das Fliegeding! Da wird wieder ein Sniper drin sitzen! Ich hab doch gesagt, da wohnt ein Jäger drin! Da sitzt immer ein Sniper drin! Der ist da! Können wir da einfach die... Das da anschießen, damit dann das explodiert? Nee! Ich fürchte nicht! Aber da bei der offenen Lade, da ist meistens so ein... Oh! Wir hätten jetzt nur in die Katzen rennen! Quid pro quo! Okay, es ist, glaub ich, doch der gleiche Sprecher, aber er ist bei weitem nicht so... Nicht so clean wie in den, in den, äh... Anniversary-Dub. Hm. Das ist sehr komisch. Also hier sind entweder noch mehr Effekte drin oder er nuschelt mehr? Ich weiß es grad nicht. Schon wieder von hinten? Nein, aber... Rudi! Wir wissen alle, wen ich meine, denn es gibt nur einen. Rudi? Ja. Wir werden auch eine Granat runterschmeißen, mal gucken, was passiert. Gar nichts. Ach, was! Oh, da muss ich ja schnell weg... Und drehen! Diese Scharf-Schützen sind aber auch... Sehr gut. Ja. Die sind heute... Scharf! Die sind heute wieder, also, unterwegs? Ah, dabei spielen wir doch auf leicht. Ha, ha, ha! Original! Original! Fälschung! Was? Oh. Hä? 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 Äh? 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 Ja, genau. Ich weiß nicht, was da passiert ist oder irgendwas ist da passiert. Das starten wir wieder von hier und kriegen die Katzi nochmal. Yeah, Katzi! 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 Ich habe ihm ein Feuerzeug und er hat alles, was er braucht. Oh Gott, Gott, Gott! Gleich dreimal. Yeah, das ist Jesus. Ich glaube, da in dem Hangar sitzt irgendwo ein Scharfschütze. Ja, genau. Da sitzen zwei Scharfschützen. Okay, einen habe ich ausfindig gemacht. Jetzt weiß ich nur nicht, ich glaube, mit der Waffe, die ich jetzt habe, kann ich den nicht treffen. Der sitzt aber da oben drin. Okay, gut. Haben wir irgendwas besser sniperisches an Waffen irgendwo noch liegen, wo wir hinkommen? Nee, außer wir kommen nochmal zurück. Sah nicht danach aus, um ehrlich zu sein. Nein, ich drehe mich mal. Sah nicht jedoch vitaminreich. Genau. Der Sahni. Der Sahni da. Von Danona. Na, links im Hangar sitzt ein Sniper. Du hast den wieder, du ignorierst den einfach. Ich ignoriere ihn, ich suche nur meine Leichen. Der sitzt im zweiten Fenster quasi. Ja. Also in der zweiten da nicht, aber in dem zweiten davon. Und rechts ist halt auch nochmal ein Sniper. Das macht das blöd irgendwie. Au! Und dann ist er dieser Granat-Typi. Ach, da ist es der schlimmste. Dann ist er immer so ein Typ mit einer Akustik-Gitarre, der nicht richtig spielen kann. Was, was zum, was passiert? Okay. Wenigstens mussten wir uns die Katze nicht nochmal angucken. Ja. Das war übrigens gerade auch wieder ein Zitat aus dem Film Vorbilder. Ah, den ich gerne zitiere. So wie Venti, 20. Den hast du ja bestimmt schon mal geraten. Ja. Das ist ein Glückwunsch, das sind auf drei Sprachen dämlich. Das gibt doch nicht. Au! Wie kann der mich denn in dem Winkel treffen? Das ist doch Quatsch. Ricochet. Ricochet. Exakt daran habe ich auch gerade gedacht. Ich sehe, wir sind mal wieder gleichgeschaltet. ins Gemenge rein. Ich wollte gerade sagen, ich kann meine Waffen nicht mehr hören, aber das konnte ich die ganze Zeit nicht. Verdammt. Mein rechter Fuß schläft ein. Mein rechter, rechter Fuß schläft ein. Das wird doch nicht der linke sein. Ah, da ist wieder das Fliegeding. Da ist ein Sniper drin. Ja, der hat doch gerade auf uns geballert. Nein. Ach, du bist da unten. Ja. Ich dachte, es bringt mehr. Das wolltest du sogar wirklich gerade sagen. Ich kann hell sehen. Ich sehe nur schwarze. Ja, da wird man hellhörig, wa? Der Dämon. Ah, der Dämon. Ich bin Elmon, Targaryen. Okay. Oder Elrond denkt Bong, ich weiß auch nicht. Ja, jetzt hast du mich hier runtergespawnt. Was soll ich denn machen? Nicht? Mach einfach nicht? Ja. Ei. Aber auch fünf von den Granaten schmeißen sie. Wie gekonnt von ihnen. So zerronnt. Wie wär's? Oh, ne, ich, hä? Ein Date? Ja, klar. Ein Date. Früher hab ich Dates wie dich zum Frühstück genascht. War das ein Witz mit dem englischen Wort für Dattel? Oh. Oh. Nein. Aber der war lustig. Ich bin am Interview. Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Oh, ich spring runter. Scheiße. Das Unter-Uns-Intro-Spielen? Oh. Ja, genau. Jetzt alle zusammen. Okay, das hätte ich nie mehr so gut zusammenbekommen. Ich hatte es so halb im Kopf. Ich glaube, ich bin auch in irgendein andere Sied reingedriftet. Nee, 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 nee. Das war richtig. Das war richtig. Aber dann kommt es am Ende dieses... Das ist ein anderer Song, oder? So mittendrin irgendwas. Ja, das ist das Magnum-Theme. Weil Liebe ist, was Magnum frisst. Lass dich wohl nie von dem Hammer treffen. Das ist der Hammer. Was für ein Hammer. Ich hab den der Mann in der Hand hatte. Ich hab den Mann mit dem Hammer nicht mal gesehen. Ich stand hier hinten hinter der Box. Oh. Und hab die auf der linken Seite weggekrallt. Weggekrallt? Weggekrallt. Was? Ich hab sie weggekrallt. Bin ich ja nochmal gestorben, wo ich die Position kriegen kann. Bin ich hier runtergegangen? Nein. Ah! Links ist nur ein Sniper. Okay. Okay, du bist eh woanders. Äh, wo waren nochmal meine Boxen, der hätte ich gerade geschlagen. Hä? Was? Was zum Teufel? Dreh dich unten, guck her. Guck, guck, hier bin ich. Oh. Guck, wie ich die Leiter hochkomme. Okay. Guck, wie ich die schon unten. Ne, wie kann man die Leiter dann... Achso. Na. Sie haben meinen Freund getötet. Ja, aber das ist natürlich ein bisschen doof mit der Waffenauswahl. Ich komm nicht, ich komm... Die Leiter nicht höher. Ah ja, okay, gut. Peng tot. Ja, das wär's jetzt gewesen. Da links ist noch ein Sniper, wenn du den noch nicht weggemacht hast. Nein. Nein, tut mir leid, ich hab ihn noch nicht weggemacht. Ich hör auch jetzt zum ersten Mal von diesem Sniper. Sie haben mich mit ihrem Sniper zu nerven. Zu langweilen. Ne, ich weiß schon, was ich sagen muss. Ich weiß, ganz genau. Ja, da oben, zwischen den beiden Hangern. Zwischen den beiden... Zwischen den Tangern. Ich hab ihn. Ja, ist ein guter Wort. Das ist jetzt umgefallen. Ja, sehr gut. Jesus. Liam. 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 Jason. Liam. Kelly. Heißt du jetzt? Kelly. Kelly. Kendra. Pass auf, da ist einer. Achso, das Ding einfach gefahren. Ja, die wird weggeboxt. Einfach weggeboxt. Ich hab weggeboxt. Ich hab weggeboxt. Ich hab weggeboxt. This is Halloween. This is Halloween. Einfach weggeboxt. Einfach weggeboxt. 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 Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. This is Aperture. This is Aperture. 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 Gibt's das? Ja. Das ist sehr gut. Das gibt auch The Sound of Science. Sehr schöne Aperture Science Fan Lieder. Also von Highleportal und so, ne? Kann ich mir nur empfehlen. Ich kann dir aber nicht sagen, wer die gemacht hat. Jesus. Jesus hat die gemacht? Nein. Nein. Nein, das wüsste ich. Vielleicht sein Vater? Ich glaube, es waren nicht die Chalk-Eater, die halt auch Count to Three gemacht haben. Was ich dir mal geschickt hatte. Wo es um Half-Life 3 und generell Valve dritte Spiele geht. Ja. Wo Alan McClane auch mitgemacht hat. Mitgesungen hat. Da gibt's ein wunderbares Making-of von. Sie hat sich total gefreut, dass sie da mitmachen durfte. Da hat sogar Gabe N. mitgemacht. Ich hab gehört, in seinem Wohnzimmer steht ein Gaben-Tisch. Kapiert? Wegen Gaben-Gaben? Ja. Merry Christmas. Ja, genau. Oh Gott, ich hasse diesen Ort. Ja, ey. Ich schau mir auf den Fresser. Ich hasse diesen Ort. Ohohohoho. Ey, was? Wir wollen euch retten, auf uns zu beleidigen. Tja, ich würde sagen, hier beenden wir die Folge, oder? Ja, bei so einer Beleidigung will ich auch einfach gar nicht mehr weitermachen. Sehe ich auch so. Ich würde sagen, Halo 3 ist durch. Dankeschön, wir sind zu. Nein, wir sind natürlich morgen wieder dabei. Abonnieren, kommentieren, bewerten nicht vergessen. Das helft den Kanal immer sehr gut aus. Und tschüss, bis dann. Und immer schön spielgebleiben. Oh, dumm.